Ihr müsst diejenige sein, die die Notfeuer angezündet hat. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben! Gehen hinterher! Es ist ja nett! Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen. Na ja! Wir müssen hier wieder zurück. Ich vorlaufe. Oh, ich hab Gold. Wollte ja nur mal gucken, wir sind auf der Wand. Mir zeigt ja nur an, dass du da bist. Der Beachter ist noch nicht zurück, aber wir haben eine Emotion hier. Richtig, was denkst du, was ich hier hinten habe? Hier hinten ist aber die wichtigere Mission. Das Problem ist, du kannst nur die Schüttelhandel, dass ich so voll bin. Du solltest ja auch noch gar nicht kommen. Ich hab doch gesagt, du bist die Leute beschützt. Ich bin jetzt hier einer stirbt, ich kann von vorne anfangen. Die Leute helfen können nicht. Das sind Leute, die machen uns Katapulten. Ab und zu den Abständen kommen die Gegner da hin. Wo bist du denn? Würde ich sagen, der eine nimmt die Flügel? Ja, wir haben es fast geschafft. Drei Viertel sind fertig. Ich dachte eben, ich wäre selbst ein Vogel, wegen dem Flügel. Gott sei Dank, das ist mir noch aufgefallen. Ja, ich kann... Immer Vorschläge, die ist aufgefallen. Eigentlich müssen noch welche kommen. So, das müssen wir dreimal machen, das Ganze. Ja, jetzt zweimal. Das Katapult ist in Stellung gebracht. Sie werden es noch bereuen, dass ihre hässlichen Fallen in der Bastion gezeigt zu haben. Ah? Deswegen hab ich halt nicht gesehen, dass ich eine Quest habe. Bei mir steht nichts, ich hab keine Quest. Nee, du musst doch eine Quest haben. Nein, Quest hier 0. Bei mir steht Questziele, das Blatt wendet sich und dann im Stein fort hochgezogene Katapulte. Eins von drei. Pass auf. Und ich kann ja auf mein Tagebuch gehen. Da steht, es steht Viti, Katapulte im Steinbruch hoch, aber es steht halt nichts drunter bei Quest 10. Die Nationalfalle haben den Verteidigen nur in Mut gemacht. Es ist es Zeit gekommen, die Dämonen von diesen Mons zu vertreiben. Der erste Schritt wird sein, die Top-de-Pulte und es bringt hoch zu ziehen, aber das ist alles. Mehr steht da auch nicht. Ja, in dem Quest-Log, da steht das sowieso nicht drin. Das steht eigentlich nur an der Seite. Und da habe ich nichts. Deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen, dass du so meint, dass da vorne Gegner sind. Ja, aber ich habe dir das vorher extra gesagt, dass du nicht so weit vorlaufen musst, weil ich da diese Miss-Sondermission ist. Was für mich ist dann normalerweise nicht, soll ich ja dann da stehen. Und bei mir steht halt da gar nichts. Das finde ich nicht. Hier oben ist das nächste Katapult. Mal sehen, ob ich da, ob der noch redet und mir dann was eingezeigt wird. Kann der reden bei dir? Ja. So. Verdammt der monischen Höllenringer. Ja, jetzt redest du ja mit dem. Sie Soldaten müssen geschützt werden. So, Katapult. Ich habe keine Quipziele. Ich schon, komisch. Hauptsache das zählt für dich, also wir müssen die Leute beschützen. Ich hoffe, wir müssen immer, dass das zählt. Das finden wir nur raus, indem wir es machen. Oh, das ist ein Dicke. Ich habe hier zuerst gekauft. Ich habe hier zuerst gekauft. Ich habe hier zuerst gekauft. Oh, das ist ein Dicke. Oh, ich bin auch dabei. Ja, das ist ein Dicke. Wir sind nur zwei gewesen. Nee, da war auch einer bei mir. So, jetzt nochmal. Was hattest du gerade gesagt? Nein, ich weiß, warum ich es nicht gesehen habe. Warum? Außer sehen, unter der Karte so ein kleines Plus. Ach, das ist Minus und Plus. Ja, das habe ich aber gar nicht gesehen. Da muss ich irgendwo im Kampf mal drauf bekommen sein. Ja, das kann ja mit der Maus schnell passieren. Das wird uns erst. Oh, Spektalgebung. Eure Furcht verrät euch! Das habe ich ja aber gar nicht gesehen. Wer ist das? Fertig. Unterpasst. Er hat mich jetzt nicht gebracht. Mit Ruhe. Mit Müll. Voll. Warte mal, ob hier noch was ist. Nein, der ist nicht. Bisschen Gold, leider. Das ist zu ruhig hier. Ja, da hattest du wohl nicht wirklich darauf geachtet, was da noch kommt. Das ist so ruhig, ich dachte. Wir sind aber auch in Ruhe vor dem Sturm. Ich bin stärker geworden. Danke. Level up. Ich habe erst halb voll. Ich habe extra meinen anderen Film aufgezogen, der zwar schwächer ist, aber darf er mir Erfahrung geben. Oh, ein Turbass. Was habe ich noch? Ansonsten habe ich nur Müll. Ich habe jetzt bekommen einen Turbass, einen Amnitist, einen Edelstein. Bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts. Den kann ich nicht. Bringt nichts, bringt werdet. Hier ist der Nächster. Boah, ich war noch nicht mal bei dem Typen und alle kommen hier angerannt. Ja. Ich stehe nur bei den Mannen hier, Wuppen aus zu bezeichnen. Was meintest du wohin? Was machst du jetzt? Quatsch ich ihn an? Ja. Ganz ruhig. Seid ihr allein? Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Alle anderen sind gestorben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Und jetzt müssen wir an der Winde drehen. Drehst du nicht? Könntest du bitte meinen Freund da drüben fragen, ob er... Nee, du musst da drehen und der dreht hier und drüben muss einer drehen. Und einer muss nur kämpfen. Ich brauch nur ab und zu mal rausdrehen. Ich brauch nur die, dass ich sein soll. Ich versuch zu winnen. Ich versuch zu allen möglichen, die dir abzuhalten. Ich versuch zu werden. Ich finde, ob man auf das Geld eben nicht durch den Herzen kann. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Manchmal sollte es uns bedanken. Ich bedanke mich, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Und dass er mich gerade angeschrien hat, hat er sich dann entschuldigt dafür, weil er sollte jemanden beschützen und hat ihn aber sterben lassen, war gut. Die Sonne liegt zu der Delle der Bastion zurück. Das müsste das Ende sein. Ja, geht es auch nicht weiter. Das Ende vom Gelände ist zurück. Also ab in die Stadt. Die heißt ja hier Bastion. Oh, immer bist du nicht da, wenn das Hologramm nah ist. Oh, ist der Lüb. Das ist der nächste Endboss von dem Kapitel. Sobald sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Den hatte man gerade in der Super-Zwischensequenz gesehen, die du leider verpasst hast. Aber halt quasi wie zum Anfassen. Wie so filmmäßig, ja. Ach, da ist die Troje. Gucken, das macht... Oh, wir schauen und das, aber der Rest, ne. Doch. Hier fehlt mir... Plus Gold. Wo ist denn hier Händler? Ich will das verkaufen. Nicht von dem, was ich habe... Nee, hier ist kein Händler. ...bringt mir, aber ich muss meine Rüstung unbedingt reparieren lassen. Hier unten ist der Händler. Das Gefühl, einen wertvollen Gegenstand zu finden, der seit Jahren vergraben gewesen ist. Großartig! Also alles, was ich bis jetzt gekauft habe, ist echt nichts... ...wert. Äh, was ich gefunden habe, war nicht wert. Reparieren und dann muss ich die Verzauberin finden. Ja, ich habe auch nichts Wertvolles so gefunden. Die Dämonen sind in der Bastion. Wir kommen aus den Tiefen. Zu den Waffen. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ich will... ...dass da weghauen. Okay. Ich habe bis jetzt nur eine händische Waffe gefunden, die wirklich so ist wie die und alle anderen sind echt nichts wert. Nicht, die man kaufen und nicht finden kann. Ich würde fragen, wie es dir geht, aber ich weiß nicht. Und in der Kiste war ein Buch mit 4.500 Erfahrungspunkten. So, ich rede dann mal mit Thürer. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn die Bresche nicht wieder geschlossen wird, wird die Bastion überrannt werden. Dann muss sie geschlossen werden. Ich werde gehen. Ah, da müssen wir hin, wo gerade schon Leute rauskamen. Was ist jetzt? Ich warte auf dich. Ähm, ja, bei mir war nicht. Keine Rückmeldung. Laptop ist kalt, aber keine Rückmeldung. Okay. Kann ich nicht gerade nachvollziehen. Du bewegst dich auch kaum. Ich kann es gerade nicht nachvollziehen. Ich gucke gerade, ob ich hinten im Hintergrund irgendwas laufen habe. Ich habe, bis auf die Blizzard-App habe ich nicht. Nö, Blizzard-App, TS und das Spiel selbst. Ja, und ich nehme ja nicht auf, also von daher würde ich jetzt... Aber das liegt nicht an der Internetverbindung, das liegt halb Sache an dem Spiel. Sonst musst du noch mal neu. Na, Moment. Ich meine ja nur, falls er sich nicht wieder einkriegt. Ich kann es nicht wieder... Ich kann es nicht aufmachen. Ich habe versucht, dass ich es runtermache. Dauert denn ne Wann? Ja. Nö. Was auch immer jetzt ist, ich... Äh, was ist jetzt los? Hörs ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also der Kante, der ist nicht heiß. Das liegt also nicht daran. Und auch nicht an der Einstellung. Warte kurz. Ja. Ähm. Ich gucke jetzt noch mal kurz nach meinem Telefon. Vielleicht. Ich gucke jetzt noch mal kurz nach meinem Telefon. Ich gucke jetzt noch mal kurz nach meinem Telefon. Ich gucke jetzt noch mal kurz nach meinem Telefon. Ich gucke jetzt noch mal kurz nach.